Das ist das Erste. Die Erste. Achtung, jetzt schieß! Boah, kein Gott. Ich durch bis den Weg, du sitzt da so. Ich hab grad auf deine Waffe geschossen. Da ist wieder eins. Das war gut. Achtung, wir kommen jetzt zwei nicht gleich drauf schießen. Vorbei von da, jetzt drauf. So, so geht es. War vorbei, ich will nur zum Endlast schießen. Ja, ich war's dann. So. Alter! Warte! Oh, jetzt war ein bisschen. Es dürfen keine Autos im Weg stehen. Sehr gut. Oh, vorne. Ja, das war nice. Haha. Ich treffe im Gegensatz zu dir. Ups. Nein, ich seh nix, ich seh nix. Ja, nix. So, verweiter, verweiter. Oh, er hat schon ein bisschen Schaden. Ja, und nichts. Ja, und nichts. Der hat mich zu Auto gefährt. Das war nix, doch. Boah, Arschi. Das war ich. Ach, du Entspannter. Faaar. Vorsicht, Vorsicht. Hoffentlich ist das geil aus. Da ist der Baum im Weg. So sagen wir nix. Sie auch nicht. Oh, jetzt wird ganz knapp. Es brennt ja schon. Na. Alles noch. Geh bitte, wo ist das denn das für netter Speicherpult? Hoffen wir das vielleicht jetzt noch selbst dazu? Nein. Alter, das ist scheiß unfair. Das ist ja ein Tongreif, Dirk. Ist das echt? Du denkst, das wird einfach sein? Ups. Das wird gerade das Board schon nicht so nix. Ja, bring halt unsere... Warum, Pastor? Das ist nichts Schlimmes. Sie stehen gleich daneben. Ja, die sind ja nicht wichtig. Ihr habt euch die Dings verdient. Hinten kommt wieder was. Links vorne. Stimmt's. Dann rechts. Hinten wieder. Der bleibt wie ein Hänger, oder? Nein. Das war vorher lag. Da vorne. Oh. Einer noch hinten und da haben wir's. Wir haben sie schon. Ah, da kommt noch vorne, einer. Stimmt. Stimmt. Und jetzt bitte schaffen. Es ist zu schwer. Jetzt fängt die Musik an. Klassikmusik. Wurscht, Klassikmusik ist wenigstens nicht kapiert. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Naja, kommt auf. Ich hab's vergessen. Vorsicht, nicht. Unnötig geschissen. Das ist eigentlich ein gegnerisches Fahrzeug. Aber es ist nicht die Kennzeichen. Passiert's nicht mehr. Vorsichtig. Ja, deswegen hab ich's so umgezogen. Ich hab eh nicht geschossen. Ich hab eh nicht geschossen. Doch ich hab's. Kannst du die Linken? Ja, das ist ein Link. Ja, das ist ein Link. Genau, oder? Doch, doch. Wenn's rechts gibt, bleibst. Wenn's rechts gibt, bleibst. Wenn's rechts gibt. Wenn's auf dem Schuss, bleibst. Links gibt man's. Ja. Rechts gibt Team. Nein, ich hab's. Ich hab auch sowas, was du hast, nicht. Das ist ja Rott-Titel. Ich glaub, das weiht du schon. Geht. Achtung, vorbei. Ja. Ich mag Lenker-Kick. Also ich nur 50.000 fasste. Ja, ey. Nett und nicht ein Griffschuss. Genau, das hat's nicht drauf, wenn ich passt. Ah, zurückschuss. Kein Krankenwagen töten. Kein Krankenwagen töten, ich weiß. Ach Gott. Fahrt dagegen und das Auto explodiert. Ich denk's mal. Nein, ich kann... Oh, das wärs. Da geh'n wir jetzt da oben ab. Da kommen jetzt zwei. Ja, gut. Der ist auf jeden Fall. Drauf jetzt. Drauf halten, drauf halten. Drauf halten. Ja. Genau, drüber. Trotzdem... Trotzdem tut's ja nicht mehr was. Da ist er letztes Mal irgendwo gestorben, gell? Ja, wegen dem Fahrzeug, was da kam. Ja, das ist der Rischmajana so leicht. Das darf halt nicht brennen, das Auto. Aber das brennt ja bald. Nein, dauert schon noch. Hat noch. Hälfte. Das und... Schieb. Das war zu knapp. Nein. Hat kein Damage gemacht. Aber sehr knapp. Der kommt, ey. Ja. Merkt, das ist fix. Boah! Boah, das haben wir überlebt. Und mir sag' nicht schön vorsichtig sein. Ich hab wenigstens gefahrt. Das ist... Was? Ah! Puh! Lass, lass. Das ist was auch. Ah, war im Sicht schon. Ja, haben wir da ja. Rungenschaft ins Licht. Das hast du jetzt auch gekriegt, oder? Hm? Die Rungenschaft hast du jetzt auch gekriegt. Welche? Ich hab keine gekriegt. Schaut genauso aus wie das Wappen. Ah, das hab ich schon. Einfach eine Schu... Dafür alle Schutzengel einsetzen. Achso. Ja, aber die hast du doch... die hast du schon mal gespielt? Schutzengel schon. Also, da habt ihr das schon mal weiter gespielt, aber das andere nicht. Ja. Ähm... Verdrückt mich nicht mehr. Ich kann ja schon über kein Fahrzeug liefern, wieso geht das nicht mehr? Fahrzeug liefern kann, ich pierce. Ja, ich nicht. Fuck. Das geht gar nicht. Oder hast du es schon da vor mir? Wie du gesagt hast, hatte ich es noch nie. Ups, bist du da? Nein, passt schon. Auftrag, sie oder ja? Hast du es denn gemacht? Ja. Boss, Boss, du musst mich raus raus. Schau dich, Shanti. Was ist falsch? Ich bin mal eine Sekunde weg. Okay, es könnten eine Minute sein, aber... Du wirst die länger. Stagg. Scheiße. Das hat mich erwartet. Pierce hat mir gesagt, Stagg war planen auf in den alten Krib. Oli und ihn sind hier für dich. Was ist das für eine Schrappe? Alles klar, ihr bleibt da. Ich bin auf meinem Weg. Und ich versuche nicht zu töten Berge. Ich mache keine Prozesse. Danke, Sean D. Food. Nein, unsere Gestalt werden alte ken, Shoulders. Da hinten raus raus verk 하고 zurück, Perfektes Timing. Ja. Gleich noch einmal. Das hatten wir jetzt. John D, spiel jetzt gut. Hast du den Knopf, Piers? A little me, Fred. Du hast das auf der Grunde gemacht. Okay. Lass uns Stag-hunting. Stag-hunting. Stag-hunting-bundeln. Genau. Denkst du, du kannst einen Kampf mit Stag bei dir selbst wählen? Was machst du? Was machst du? Ich habe ins Fenster gedrückt. Vergiss es, vergiss es. So, Idiot. Komm. Komm ins Auto, komm. Komm. Okay, ich fahr halt selber. Äh? Wieso magst du das Auto kaputt? Äh, ich war gerade am Desktop und habe ins Fenster gedrückt und ich hatte den Raketenwerfer in der Hand. So geschätzt. Ja. Also nicht, dass es ist. Ja. Also nicht, dass es ist. Ja, nein. Sagen wir mal, nur dümmliche von ganz einem. Wunderschöne. Ja, nein. Ja, nein. Ich fahr ja! Ich fahr ja! Ja. Ich fahr ja! Ja, genau. Ja, ich fahr ja. Ich fahr ja. Ich fahr ja. In das Auto, in das Auto, in das Auto. Nehmen wir lieber sowas da. Ist aber stärker. Wir können schießen. Aber du hast die Chance. Ich fahr da rüber. Danke. Ich brenne dann. Warte. Geh. Man hat's piepst schon. Ich warte auf die lieber. Nein, das ist für lustiger. Ähm, Hilfe. Du bist von mir gerade geflogen. Ja, ich weiß. Warte mal ein bissl. Du brennst glaube ich. Nein. Ich muss einmal kurz weg. So. Siehst du nach? Ja, danke. Ich komm. Ich fahr mit einem Moment. Meiner tut das schon. Ich muss weiter fahren. Ja, fahr. Ich kann nicht. Zu spät. Ich glaube wir müssen mit der Feuerwehr fahren. Damit kannst du wenigstens lösch. Ja, du. Geil schon lösch. Kannst du? Nein, kann nicht. Nein. Wieso kann man damit nicht lösch? Nein. Was geht's? Reff drücken. Einmal F drücken. Reff? Ah. Was machst du? Geh im Endeffahren. Bitte links abbiegen. Sehr träge. Ja. Ja. Was erwartest du? Bitte links ab. Schau mal. Das ist der andere Seite. Du hast die Sirena. Das hat sich aber sehr erschrocken. Wir faken ihn gar nicht rein. Nie. Passt. Not für das Reich. All right! Geht euch das Racketleger an! Da geht der wo ist er weg in der Fall Und du hast einen Munition halt Was ist denn der Held? Wo ist denn? In der Strasse Oh, meine kleine ähnlich Wie kriege ich denn Munition? Ah da rumstehen Ich finde das an der Weg